Guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB. Heute ist Montag, der 12. Juni 2023 und wir wollen uns einen Blick gönnen zum Wochenstart auf die Märkte. Wird wahrscheinlich eher ruhig und dann könnte genau aus dieser Ruhe, ich will jetzt nicht sagen, ein Sturm heraufziehen oder herausbrechen, aber zumindestens mal haben wir eine ganz interessante technische Konstellation mit Ausblick auf den großen Verfall am Freitag, den sogenannten Hexensabbat im DAX und auf den wollen wir einen Blick werfen und in dem Zusammenhang auch auf die 16.000er Marke, die jetzt gerade just in diesem Moment zur C3-Eröffnung hier attackiert wird. Aber bevor wir starten, zunächst ein Blick einmal auf den Risikohinweis. Die Wiesen-CFDs, die Produkte, die wir hier betrachten, sind gehebelte Produkte, gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet und ausgehend hiervon erstelle mal bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lass ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater, teste den Handel dann risikofrei und schaue, ob der Handel mit diesem Produkt und dem Risikoprofil entsprechend ausgehend vom persönlichen Risikoprofil miteinander korrespondiert. Sofern man das mit Ja beantworten kann, kann man gerne auch XTB kontaktieren, sich eine Demo natürlich zunächst einmal runterladen und dann alles weitere im Hinblick eben auf eine Live-Kontoeröffnung auf den Weg bringen, sofern Interesse bestehen sollte. Dann darüber hinausgehend, ganz wichtig, auch wenn ich jetzt Wörter, während wir einen Blick werfen auf den DAX, keine Position aktuell im DAX halte. Mögliche Interessenskonflikte, gilt es an dieser Stelle herauszustellen. Also ich habe hier aktuell keine Position, Punkt 1, Punkt 2, alles was ich präsentiere ist rein edukativ, das bedeutet also ist keinerlei Anlageempfehlung oder sonst dergleichen, das bedeutet ausgehend vom persönlichen Risikoprofil kalkuliere bitte jeder seinen persönlichen Risiken, erstelle seinen Handelsplan, das was ich hier zur Verfügung stelle, kann man gerne nutzen als Grundlage, vielleicht als eine Art Leitplanke, an der man sich lang arbeitet, im Hinblick jetzt heute auf das DAX Trading oder auch in den vergangenen Tagen schon, aber es ist eben keine vollumfängliche Anlageempfehlung, das ist nicht möglich ausgehend von eben nicht dem Wissen um das jeweilige Risikoprofil. Und so ist das auch bitte auch nicht zu verstehen. Also rein edukativer Content, der hier zur Verfügung gestellt wird. XTB, bester CFD-Broker des Jahres 2023. In dem Zusammenhang gerne hier sich einmal diese Punkte in der Mitte zur Gemüte führen, die dazu geführt haben, dass XTB zum besten CFD-Broker 2023 gewählt worden ist. Alle Informationen auch diesbezüglich XTB.com und natürlich gerne auch dann die Möglichkeit nutzen, entsprechend die X-Station, die wir jetzt hier auch im Folgenden nutzen wollen, für unsere Betrachtung, sich entsprechend runterladen und dann einfach mal den Handel testen. Super intuitiv, ich kann es nur empfehlen, ehrlich gesagt. Aber schauen wir auf den DAX und schauen wir in dem Zusammenhang hier auf diese Konstellation, auf dieses Dreieck, sag ich schon, auf das Rechteck. Wenn das ein Dreieck wird, meine wird. Also ein Rechteck an dieser Stelle, welches wir herausgestellt hatten, 15.900 nach unten, 16.100 nach oben. Wir haben hier heute im Kalender ganz dünn entsprechende Wirtschaftsdaten. Wenn wir auf diverse Daten gehen, morgen zum Beispiel anklicken, dann wird es schon offenbar. Hier haben wir Inflationszahlen, Erwartungshaltung bei 4,1% deutlich unter dem, was im Vormonat veröffentlicht worden ist. Da werden wir morgen einen kurzen Blick drauf werfen müssen. Tatsächlich, eventuell gibt es hier schon entsprechende Impulse, die geliefert werden. Und dann, ich gehe mal gleich auf die nächste Woche oder auf die gesamte Woche. Am Mittwoch haben wir dann entsprechend natürlich hier die Fet-Leitzins-Entscheidung, die im Mittelpunkt des Geschehens steht. Aber zurückkommend auf den heutigen Handelstag, wir sind sehr dünn. Also das heißt, aus der Warte sollten wir keinerlei Impulse in irgendeiner Form erwarten. Aber nichtsdestotrotz, aktuell, wir sehen eine Drift auf der Oberseite, ein leichtes Abstoßen von der 16.000er Marke. Und die Frage, die sich natürlich stellt ist, ist das weiter ein shoppiges Treiben? Das kommt ganz drauf an. Es könnte weiter ein shoppiges Treiben bleiben, wenn es, und jetzt sage ich schon, den Stillhaltern gelingen sollte, unterhalb von 16.050 vielleicht 16.100 zu halten. Was haben die Stillhalter jetzt mit der ganzen Angelegenheit zu tun? Nun, Stillhalter, man kann es hier erkennen auf der Stunde noch ein bisschen besser, da kommt eine vertikale Linie hier rein, gestrichelt, und da steht da unten Rollover Next Station. Und da ist dann der Verweis, dass man hier einen Rollen sieht, ein Rollen sieht des aktuellen Future-Kontraktes, des zugrunde liegenden Basiswertes des Future-DAXes in den nächsten Kontraktmonat. Das findet jeden Monat einmal statt. Jetzt haben wir allerdings im Falle des DAXes haben wir einen großen Verfall mit dem Future, nicht mit den Optionen, die monatlich verfallen. Und die Sache ist, dass dieser Rollover, dieser Hexensabbat, der da stattfindet, ja, nicht umsonst Hexensabbat heißt, sondern wir wissen, da gibt es ab und an erratische Kursbewegungen, sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite. Die Frage, die sich jetzt uns stellt, ist, wo kommen die her? Und vor allem, was können wir damit machen, jetzt auch vielleicht im Hinblick auf das, was für die kommenden Handelstage im Hinblick auf die Preis-Action hier im DAX erwartet werden darf. Dazu eine kleine Einführung, einmal zum Thema Optionen, sehr grob, sehr kurz gehalten. Das ist bei weitem noch nicht alles, was es zu dieser Thematik zu sagen gibt. Wir wollen uns hier einmal ganz kurz zur Gemüte führen, einmal den Long Call und den Short Call, die für uns jetzt von relevant sind. Also, ein Call, auch eine Put-Option, da wird man schon mal drüber gestolpert sein, aber wir fokussieren uns, wie gesagt, auf die Calls. Eine Option grundsätzlich, verbrieft erstmal das Recht, einen zugrunde liegenden Basiswert, in unserem Fall jetzt den DAX, zu einem vorher festgelegten Kurs kaufen, im Fall eines Calls, oder verkaufen zu dürfen. Also, das bedeutet jetzt mal ganz bildlich gesprochen, mal angenommen, ich habe einen DAX gekauft mit einem Call, beziehungsweise einen Call gekauft, mit einem Strike-Preis, einem sogenannten Basispreis von 16.000 und zum Ende der Laufzeit dieser Option handelt der DAX bei 16.300. Dann darf ich den DAX zu 16.000 Punkten kaufen. Im Falle des Future-DAXes zum Beispiel mit 25 Punkten Gegenwert, heißt das 25 Punkte mal 300, bedeutet, äh, 25, verzeihung, 25 Euro mal 300 Punkte, bedeutet also 7.500 Euro Profit, beziehungsweise Ersparnis beim Erwerben von deinem eben entsprechend dem zugrunde liegenden Basiswert, an dem Fall eben des DAXes als Index. Nun, jetzt ist das erstmal die Basis für den Optionshandel, wenn ich einen Call kaufe. Nun muss sehr klar sein, ähm, das ist im übertragenen Sinne, man kann es verstehen, als eine Art Versicherung, die ich gegen steigende Kurse abschließe. Aber gibt es denn nicht auch jemanden, der mir die verkauft? Und genau da kommen nämlich die sogenannten Stillhalter ins Spiel, die den sogenannten Short-Call halten. Also wir gehen auch hier ganz vereinfacht, ganz einfach davon aus, dass die Position nackt eingegangen wird. Das heißt also nicht Teil einer komplexen Optionsstrategie ist mit Straddle, Strangle, was weiß ich, Iron Condors und so weiter, sondern wir gucken uns hier wirklich nur den reinen Call an. Und das Interessante ist, beziehungsweise den Short-Call an der Stelle, das Interessante ist jetzt, dass das Auszahlungsprofil natürlich auf dem Kopf steht. Das, was ich hier schraffiert habe, das ist die Optionsprämie, die vereinnahmen diese Marktteilnehmer hier, ähm, also diese Stillhalter und die profitieren so lange, wie der DAX unterhalb von 16.000 Punkten handelt. Dann kommt irgendwann der Punkt, da knickt dieser Ast ab und irgendwann wird es eine negative Wette. Und dieses Abknicken hier an dieser Stelle und dieser Strich, wovon läuft er ungefähr? 16.050 vielleicht, 16.070, vielleicht wir machen es rund, ausgehend von unserer technischen Betrachtung hier an dieser Stelle 16.100. Das ist im betragenen Sinne der Bereich, wo diese Stillhalter im Falle eines solchen Auszahlungsprofils unter Wasser liegen. Und was müssen die da machen? Die müssen absichern, die müssen hedgen. Und hedging, wie findet hedging statt? Nun, indem ich eine Position gegenrechne oder beziehungsweise aufbaue, die ein Auszahlungsprofil hat, wie diese grünfarbene Linie. Und das ist der Future DAX Long. Das bedeutet also diesen nach rechts unten abknickenden Ast, den gleiche ich aus durch dieses Auszahlungsprofil mit dieser grünfarbenen Linie und dadurch kriege ich dann diese blaue ausgeglichene Linie im übertragenen Sinne. Und das ist das, was jetzt aktuell beginnt eine Rolle zu spielen, denn mit Ausblick auf diesen Verfall, ganz kurz vielleicht, wo ich diese Zahl herbe habe, also 16.000, warum die eine Rolle spielt. Es gibt hier eine tolle Webseite, nämlich stockstreet.de. Die werten das aus, beziehungsweise also die sammeln die Daten von der Eurex und bereiten die dann hier grafisch auf. Das verzerrt jetzt leider ein bisschen, weil hier einmal da unten auf die 14.500 ein recht hohes, dieser rotfarbene Balke, ein recht hohes sogenanntes Open-Interest-Geschirma-Putz sich wiederfindet. Aber wenn man sich so ein bisschen zurechtfindet, dann kann man doch relativ gut erkennen, dass hier innerhalb einer Spanne von 15.500 nach unten und 16.500 nach oben, dass hier dieser blaufarbene Balken auf die 16.000 die höchste Erhebung ist. Und genau deswegen weiß ich, mit blau sind die Calls gekennzeichnet. Deswegen weiß ich, das ist ein potenzielles Interesse, also das auf diesem Level ganz natürlich besteht. Das sogenannte Open-Interest wird hier eingefangen. So, kommen wir also zurück zu dieser Betrachtung. Wenn wir die 16.000 also folglich überschreiten, liegen die, vorausgesetzt, sie haben einen Short-Call ausschließlich, was nicht der Fall ist, aber wir machen es der Einfachheit halber, um ein Action-Level für unser Trading zu identifizieren. Und wir sagen dann, okay, wenn wir ein bestimmtes Kursniveau überschritten haben, dann setzt eine sogenannte Squeeze ein. Wir erwarten, dass diese Marktteilnehmer ihre dann unter Wasser liegenden Wetten absichern und genau dadurch die Bewegung auf der Oberseite auf den Weg gebracht wird. Nun kann man schon erkennen, und das ist, glaube ich, recht offensichtlich bis dato, wir haben einen Opening-Drive, Bullish, beziehungsweise bis in Gefilde um 16.070 im DAX zu sehen bekommen. Aber bis dato zumindest fallen wir nicht zurück unter den EMA 50 auf 5 Minuten Basis. Das ist für mich relevant, weil ich ausgehend hiervon den Vorteil für den Handelstag identifiziere. Ich möchte jetzt aktuell noch nicht long sein. Es ist nicht davon auszugehen, dass die einfach so diese Waffenstrecken oder dieses Level her schenken. Also die werden schon darum kämpfen. Aber wir sehen, sie haben Schwierigkeiten. Aktuell, also diese Stillhalter, sofern diese These ihre Daseinsberechtigung hat und stimmt, sie haben Schwierigkeiten, den DAX unter die 16.000 zu drücken. Jetzt haben sie noch ein bisschen Zeit. Klar, wir haben morgen die Inflation, wir haben die FED und dergleichen. Aber nichtsdestotrotz, es kann durchaus sein, dass früher oder später die, in Anführungsstrichen, so ein wenig kalte Füße bekommen. Ich glaube, wenn der DAX es hier jetzt schafft, über die 16.070 zu brechen, also die jetzt hier ausgebildete Eröffnungshandelsspanne, die sogenannte Open Range, nach oben zu verlassen, dass wir dann eine realistische Chance besitzen, zumindestens mal einen sogenannten Momentum Drive im DAX über die 16.100 zu sehen, zu bekommen. Ob wir dann bis in Richtung der Allzeithochst laufen, so weit würde ich nicht gehen. Aber ich glaube doch, ein relativ tiefer Lauf über die 16.100 wäre nicht auszuschließen. Vorausgesetzt nochmal, wir nehmen die Open Range auf der Oberseite raus. Wenn die Bullen, beziehungsweise also die Bullen nicht, sondern die Bären ist es an der Stelle. Wenn die allerdings hier dieses Level nicht herschenken, dann würdest du wahrscheinlich heute eher ein dröiges Treiben. Erneut innerhalb einer Spanne dann hier in dem Fall irgendwie, ich würde mal sagen, Bereich 16.000, vielleicht 15.950 bis 16.050 nach oben. Und wir warten auf neue frische Impulse, die wir dann mit den Inflationszahlen morgen eben entsprechend geliefert bekommen. So, das ist eine kleine Übersicht über das, was heute für den DAX hier von Interesse ist und worauf es sich lohnt zu schauen, was es gilt im Hinterkopf zu behalten. Happy Trading! Passt auf die Stops auf, wir hören uns morgen wieder. Ich freue mich, habt euch wohl, bis dann und tschüss.